Die 4 besten Produkte für AirPods Pro 2 Case Ich bin ein großer Fan der Ahastyle Silikonhülle für AirPods Pro 2, da sie eine hervorragende Schutzhülle für meine AirPods bietet. Die Front LED ist sichtbar und meine AirPods passen perfekt in die Hülle. Die Handschlaufe ist auch ein großartiges Feature, weil ich meine AirPods leicht transportieren kann. Ich würde diese Hülle jedem empfehlen, der seine AirPods schützen und transportieren möchte. Die Hülle ist auch sehr haltbar und sieht super schick aus. Ich bin total begeistert. Ich habe die ISA Orbit Hybrid Hülle für meine AirPods Pro gekauft und bin absolut zufrieden damit. Die Hülle bietet einen hervorragenden Schutz vor Stürzen und Kratzern und ist darüber hinaus auch noch MagSafe-fähig. Die Halo-Lock-Technologie sorgt dafür, dass die Hülle perfekt auf meinen MagSafe-Ladeständer passt und das Laden meiner AirPods Pro ein Kinderspiel ist. Das Hybrid-Design ist nicht nur funktional, sondern sieht auch noch super cool aus. Insgesamt würde ich diese Hülle jedem empfehlen, der Wert auf eine robuste und stylische Schutzhülle für seine AirPods Pro legt. Ich habe mir die AO2AO-kompatibel mit AirPods Pro 2 Hülle Case gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Schutzhülle aus stoßfestem Silikon schützt meine AirPods Pro 2 perfekt vor Beschädigungen. Das Cloud-Gray-Design sieht sehr stylisch aus und das Silikon-Laneard ist auch sehr praktisch, um meine AirPods immer griffbereit zu haben. Die Front-LED ist auch perfekt sichtbar, sodass ich jederzeit den Ladezustand meines AirPods überprüfen kann. Insgesamt ein toller Kauf für alle, die ihre AirPods schützen und stilvoll tragen möchten. Ich bin sehr zufrieden mit der Air-Sony Hülle für meine AirPods Pro 2 weiter. Die Schutzhülle ist aus weichem Silikon gefertigt und schützt meine Kopfhörer vor Stößen und Kratzern. Der Karabiner ermöglicht ein einfaches Befestigen an meiner Tasche oder meinem Schlüsselbund. Das Beste ist, dass die Front-LED sichtbar bleibt und ich somit immer den Batteriestatus meiner Kopfhörer sehen kann. Die Hülle ist perfekt auf die AirPods Pro 2 abgestimmt und passt wie angegossen. Ich empfehle die Air-Sony Hülle jedem, der seine AirPods Pro 2 optimal schützen möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.